N über K mal P hoch K mal 1 minus P hoch N minus K. Mit der Ben-Nulli-Formel begrüße ich euch also, warum auch immer, zu dem jetzigen und damit auch, glaube ich, vierten Part von Monster Mario World. Ja, der liebe Klopp hat das hier gefixt. Ja, komm, Bonus-Game braucht kein Mensch. Hallo? Manche trefften wir doch gar nicht. So. Oh, immer in zwei Leben, das ist doch schön. Also, die bekloppert... Oh, das funktioniert jetzt sogar. Das ist gefixt. Hier sind wir der Green Hill Zone. Das ist... Sonic-Musik. Man hört ein bisschen die Dings-Musik von I Wanna Be The Bashi da draus. Also, ne? Ich hab ja auch I Wanna Be The Bashi Let's Played und... Hier kommt man irgendwie nicht so gut hoch, weil hier muss man einen Shell-Jump machen und mit Feder ist es ein bisschen schwer. Okay, Leute, Entschuldigung, dass ich gerade zu wenig labere, aber irgendwie... Mit Feder sind Shell-Jumps doch ein bisschen bindet. Und ich rede gerade ein bisschen wenig fällt mir auf, so wie das F-Test mal vorkommt. Ähm... Ne, doch, aber ich denke mal, das dürfte nicht so alt so ein großes Problem für euch sein. Okay, passt. Okay, ich finde, das Level ist an sich sehr schön, aber diese Sprungfedern, wo man dann Shell-Jump machen muss, die hätte ich so... ...so machen können, dass man da wirklich springt direkt. Das wäre wesentlich besser gewesen. Super Mario Sunshine, wie geil! Ich denke mal, ihr merkt schon, dass ich ein richtiger Super Mario Sunshine-Fan bin. Weil es einfach das beste Mario-Spiel ist, was es jemals gab und was es auch geben wird in Zukunft. Also mit den Zukunfts-Mario-Spielen zusammengerechnet. Okay. Ähm, aber solange ich eine Feder habe, ist das ja immer wieder ganz schön, da kommen die Level ja immer mal ein bisschen abkürt. Ist das ein Secret? Ne, okay. Ich bin einfach so übers Ziel rübergeflogen. Okay. Das war Grün-Hill-Zone. Long Level. Oh, das klingt schon mal ziemlich übel. Und das Dark Tales-Musik. Nein, wie geil. Wie geil, episch, fett, boom, doom, genial ist das denn? Okay, wollte ich haben den Mond. Okay, aber ich denke mal, auch in so langen Leveln erst recht kann man ziemlich viel abkürzen mit so Federn. Mal schauen. Sieht so schon mal nicht so schlecht aus. So. Äh, ich habe damit jetzt wohl etwas abgekürzt. Ich hoffe einfach mal, dass es richtig ist, wie ich das hier mache. Könnte natürlich auch sein, dass ich mich jetzt hier die ganze Zeit für safe, dass es hier auch mal nicht lang gehen soll. Was ich nämlich ziemlich glaubt gerade. Okay. Äh, das schaut doch ziemlich seltsam aus hier. Nein, Quatsch. Ich werde gerufen. Moment, Moment, bis gleich. Jetzt wurde ich gerufen, dass ich für Mathe dann soll. Dabei habe ich euch doch schon mit der Vanillie-Formel gegrüßt. Was soll ich denn noch machen? Naja, egal. Äh, okay, das Problem ist jetzt, ich weiß nicht. Ich habe jetzt das ganze Level überflogen. Das ist jetzt blöd. Weil so schön schaut mir das Level nämlich nicht aus. Und das hessliche Level überfliege ich eigentlich. Grundsätzlich. Und ich denke mal, ich komme eher nicht zurück, oder? Juh, ich komme nicht zurück, wenn man jetzt hier nicht genug Anlauf nehmen kann. Aber ich kann genug Anlauf nehmen, das ist gut. Ah, das ist doch doof. Also klar, falls du nochmal irgendwann ein Hack machen solltest für mich, wenn du Rätsel einbaust, mache ich diesen Hack nicht. Weil das ist einfach, Rätsel sind ein absolutes No-Go. Das kannst du dir merken, das findet niemand besonders toll. Zumindest niemand, den ich kenne. Okay. Und runter. Und hier oder ja. Geh mir jetzt mal hier unten hin. Okay, gehen wir hier rein. What the fuck? Ich will mich verarschen. Okay, Moment. Ich würde jetzt interessieren, wo der P-Switch ist, aber... Das ist jetzt doch etwas... Hä? Okay, Moment. Das werde ich jetzt erst mal genauer hier untersuchen, das ganze Level. Und da freue ich mich. Hallo? Also... Wie dem auch sei. Jetzt bin ich wieder am Anfang vom Level. Was soll denn das? Äh... Nein, das ist nicht der... Okay. Wie dem auch sei, ich habe jetzt hier einen P-Switch. Jetzt kann mich wahrscheinlich nichts mehr aufhalten. Also es gibt jetzt hier schon wieder ein Rätsel. Oh, okay. Ich komme schön rüber hier. Okay. Also, solange man hier alles überfliegen kann, äh, mit, äh, irgendwie so einem P-Switch, ist das eigentlich... Ganz nice. Ist das hier irgendwo eine Tür oder so? Weiß ich ja nie. Okay, ist nicht. So. Das ist hier eine Tür. Man weiß es echt nie und deswegen probiere ich das einfach mal aus jetzt hier. So, also hier ist jedenfalls das Dings, wo ich eben war. So. Oh, 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 oh. Nein. Egal, ich habe einen Fehler. Bin ich eigentlich blöd im Kopf oder was? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es falsch ist, um die Switch hier zu aktivieren. Deswegen save ich da unten jetzt nicht. Weiß ja nie. Okay, da kann ich nicht sehen, was da ist. Das Level stinkt. Wenn ich ehrlich bin, also ich glaube, das Level stinkt wirklich. Oh, Mann. Echt? Das ist doch Dreck. Wer will denn so ein Scheiß-Spiel? Entschuldigung. Der springt mir immer auf den Kopf irgendwie. Da kann ich machen, was ich will. Oh. Schau doch. Wie auch immer. Okay. What the fuck? Okay, Moment. Fehler will ich noch haben. Okay, also anscheinend bin ich hier. Also ich bin auf jeden Fall da recht. Kann ich vielleicht zurück oder so und dann bin ich richtig oder? Nee, kann ich nicht. Das war eine schöne Idee gewesen. Äh. Was zum Teufel? Da geht es doch gar nicht lang. Also Klopp, da hast du entweder ein bisschen Scheiße gebaut oder... Ich komme gerade nicht drauf klar, was ich hier machen soll. Das sieht mir nämlich jetzt ziemlich falsch aus, dieses Level. We're going to do... Fuck. Ähm, ja. Ich kann vielleicht einen bestimmten Moment da reinspringen. Nee, muss ja nicht. Okay. Die Lösung von Long Level ist, es gibt kein Ende, habe ich das Gefühl. Ich habe da gar nicht drauf gedrückt. Wie auch immer. Okay, dann gehen wir in Water Journey. 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 Wie auch immer. Einfach mal rein. Was ist denn? Äh, okay. Da habe ich keinen Bock nach dem zweiten Exit zu suchen, deswegen gehe ich erstmal hier lang. Oh, Mann, ey, also... Wieso sind die so auf Speed hier, die Fische? Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Wahrscheinlich alles noch im tiefgründigeren Sinn. Irgendwann, ich will stehen... Irgendwann, ich will stehen... Da... Holy shit. Oh, durch. Okay. Ja, wirklich ist es jetzt nur, wenn das Wasserlevel jetzt ewig lang ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht so ewig lang ist, dann kann ich mich freuen und... Da fällt mir auch nichts zum Kommentieren ein bei so einem langweiligen Level, wenn ich ehrlich bin. Ich will jetzt hier die ganze Zeit hoch und runter, hoch und runter, links, rechts, geradeaus. Bist eine kleine Maus, ha. Also, irgendwie nervt mich das jetzt hier gerade schon ein bisschen das Level. Ich weiß nicht, was ich da genauer zu sagen soll. So. Oh, Klopp. Das ist ein kleiner Tipp, mal gestaltet der Level nicht so langweilig und mach ein bisschen Abwechslung mit rein, weil sowas will kein Mensch spielen. Also, weil ich... Man merkt, glaube ich, wie, ähm... Na, wie nennt man das? Wie ich keinen Bock drauf hab hier gerade auf das Level. Ich hoffe einfach, es ist gleich vorbei. Weil sowas macht echt keinen Spaß, wenn sich alles nur wiederholt. Es geht immer wieder hoch und runter. Ups, ein paar Gegner und dann warst du es. Also, pfff, keine Ahnung. Ach so, und dann kommt ihr zu plötzlich. Äh, ich versteh schon. Ach so. Ach so, okay, jetzt kommen wir überall so lustige... Okay, alles... Alles klar, ich hab schon verstanden. Ich hab verstanden, ihr braucht nicht hier... Äh... Kann man da vielleicht rüberfliegen... Äh, schwimmen? Ne, kann man nicht, okay. So. Random Madness? Oh nein. Bitte sag nicht, dass es hier random Skrides... Viel Spaß. Das klingt nicht gerade... Das klingt nicht gerade... Sehr freut. Ich hoffe jetzt einfach mal, es ist jetzt nicht das Level, wo er meinte... Öh, kacke, du bist freiwillig kacken. Okay, er wird so reingehen. Okay, warte auf die linke Seite. Äh... Ach so, okay. Ich bin hier richtig, das ist... Oh, den hab ich jetzt nicht gesehen, wegen dem Hintergrund. Das ist so... Komm nicht so rüber. Äh... Okay, auch den... Sinn dieses Levels hab ich wieder... Nicht so ganz verstanden, das jetzt. Wahrscheinlich einfach so ein normales Level oder so. Ach so, ja, okay, das Level... Ist eigentlich mal ganz abwechslungsreich, wenn hier Zimmer... Irgendwas ein bisschen normales... Abgeht hier. Ja. Das Level gefällt mir schon deutlich mehr als... Dein long level, oder wie das hieß. Ah, lustig, tot. Okay, sieht das auch falsch. Das heißt, es geht einfach nur hier hoch und... So, okay. Da werde ich ja wohl... So durchkommen. Oh, Mann. Nerv nicht, Mario. Nerv... Ah. Okay, dann gehen wir halt normal hier durch. Oha, okay. Okay, das X-Elementer 1 sieht ziemlich schön aus. Okay, es sind zwei X, dann ist es nichts Besonderes. Oh, okay, das ist das Ziel. Juii. Was? Nö, also... Also, wenn du... Wenn du deine Level nicht testest, ob sie normale Ausgänge haben, dann... Nee, ich bin raus. Kein Bock mehr. Also, du solltest deine X schon testen. Das ist scheiße. Sorry, aber echt.